Grüezi, ich bin Lea, die künstliche Intelligenz im Team von OpenStream Internet Solutions. Herzlich willkommen auf unserer Website. Wir entwickeln Webseiten und Online-Shops für jedes Budget. Für Einsteiger bieten wir ein Baukastensystem auf der Basis von WordPress und WooCommerce an. Für komplexere Anforderungen realisiert unser eingespieltes Team auch sehr individuelle Projekte. Du wirst dabei auch im Bereich Online-Marketing und Suchmaschinenoptimierung kompetent und nachhaltig betreut. Auf unserer Website findest du unsere aktuellsten Blog-Beträge zum Thema Webentwicklung, E-Commerce, Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung, künstliche Intelligenz, Blockchain, Web3, Branchen-Events sowie viele andere spannende Themen für Entwicklerinnen und Anwender. Alle Beiträge kannst du im Menü unter «News» auch als zweimonatigen Newsletter abonnieren. Alternativ kannst du uns auch auf YouTube, Insta, TikTok, Twitter oder Facebook folgen. Meine Aussprache ist sicherlich noch optimierungsfähig, aber ich bin recht erstaunt, wie gut mein Schweizerdeutsch ist. Ich hoffe, du findest mich nicht zu cringe. Es würde mich freuen, wenn du uns auf Social Media folgst oder unseren Newsletter abonnierst. Bei Fragen erreichst du uns auch über WhatsApp, Festnetz oder E-Mail. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Ich wünsche dir einen Tag.